So, ganz schnell hinlegen. Es ist dunkel. Oh ja. Ich hab noch ein Brot in der Hand. Ich hab meine Pickaxe. So. Oh ja, es ist dunkel hier. Brennen die Zombies. Faye, hast du mal in zwei Minütchen? Zwei Minütchen. Wofür? Nur mal in was gucken. Ja, ich komm hier. Komm, gucken. Wobei, du müsstest es eigentlich von da aus sogar schon fast sehen. Ah ja, wunderbar. Es ist sogar grün geworden. Warte mal. Da brennt jemand. Alles klar hat sich erledigt. So, wenn man jetzt... Hier müsste noch ein bisschen Wehchen. Aua! Schau mal! Oh, da sind ja zwei! Über an zwei. Da hast du ein Nuder an. Nicht gefunden. Hoppla. Mit dem Sandstein sieht das auch nicht cool aus. Also... Dann kannst du hier... Guck mal. Ach du Scheiße. Warte. Hast du mir aber geklaut. Was? Ja. Du hast auch doch die Mauern gemacht. Ja, hab ich ja gesagt. Nur ich hab jetzt den Boden so gemacht. Und ich hab den was höher gesetzt, damit das nicht so... Ja, ja, so tief ist. Genau. Cool. Nur das mit der Höhle, weißt du? Weil da war ja eigentlich vorher gar nichts. Ja, ja. Und ich dachte, da machst du wenigstens so ein bisschen Höhle. Das sieht lustig aus, wenn du rennst auf dem... Auf dem Holz da, äh... Sieht so aus, als ob du da den Dreck... Das ist ja kein Dreck. Äh, die Höhle wird aber noch ein bisschen so zuwuchern. Wie du siehst. Hier, guck. Sag mal. Ja, ja. Ja, ich weiß. Da wirst du so ein bisschen hassen. Ja. Du musst in die Packung. Ja. Ja, ich hörte nur die Hühner, die alle... Und du kannst direkt hier hochgehen. Das hat auch den Vorteil. Einfach davor stellen und dann... Wie. Einfach vorne links. Leertaste drücken. Liken. Leertaste und dann. Ja. Das stimmt. Das ist schon gut, ne? Ja, aua. Ja, und dann ganz von oben runter spielen. Das ist immer eine ganz gute Idee. Das weiß ich immer. Meinst du, das geht so mit... Oder ist der zu dünn, der Weg hier? Pff. Das ist okay. Das passt ja das Wasser weg. Naja, ich hab hier schon ein bisschen... Siehst du, hier Sandstein. Naja. Sandstein. Hier hab ich schon ein bisschen... Den Weg, äh, ungeändert. Ja, Sandstein. Dann würde ich nämlich den Weg auch nach hier so... Zack, 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 zack. Ja, ja, ich weiß. Und dann verbinden. Ja, so ein bisschen wenigstens nur. Du bist zum Sand. Ich geh mal weiter klatschen. Ja, ja, alles gut. Ich brauche Klatschen. Ich helfe dir noch ein bisschen beim Freiräumen. Ich hab noch ein Vorherzeug dabei. Haus musst du auch wecken, ne? War richtig, ne? Ich hau dich. Was ist denn das hier für ein abgeschnittener Berg? Oh, Kohle. Warte, ich helfe dir. Ja, der kommt ja ganz weg. Ey, meine Kohle. Der hat mal hupsen müssen. Guck. Ey! Mann, ich hab doch fast keine Kuh. Weil ich hab vier Kohlestücke. Ja, alles gut. Ah, ist schon wieder kaputt. Brauchst du noch eine Schippe oder was? Hast du noch? Ja, ich hab noch genug. Ich hab ganz viel gemacht. Ja, ich hab ja Stein. Naja, mach ich auch mal. Und für sowas. Weil die gehen so schnell kaputt. Da wäre mir Eisen zu schade. Ja, eben. Eben. Vor allen Dingen bei dem Projekt. Ja, noch sieht der abgeschnitten. Kommt der ja komplett weg. Das kommt ja alles weg. Zum Teil. Ich brauche. Ich fange jetzt Stück für Stück an. Weil ja echt lang dauert. Bis du da mal was durch hast. Ja, guck mal, wie viel ich schon runtergesammelt habe. Ich hab irgendwo eine Spinne. Oh, ich hab meine Kühe und meine, meine Hühnsteine. Oh, ich hab den Vertreter hier. Oh, ich hab den Vertreter hier. Und seinen Lamas. Hey. Da der mal wieder da ist, ne? Wo doch mal bei der Zeit, ey. Der kommt ja nicht so oft, ne? Nö, im Moment nicht mehr, ne? Ja, doch. Irgendwo hab ich den immer gehört. Ich weiß nicht. So, Sandstein hab ich auch noch mal. Weißt du grad, wenn ich hier den Berg am Abbau? Entsteht der hier, weißt du? Ja, das ist schon meistens so. Mh. Holz-Crafted. Rohholz. Da haben wir ganz wenig eigentlich mit dabei davon, ne? Rohholz. Das weiß man nicht so. Rohholz. Rohholz. Ich hab, find ich ganz okay. Rohholz. Rohholz. Wir müssen mal um was wieder kochen und backen. Weil ich hab so viel Eier. Oh Gott. Ja, ich auch. Oder ich beschmeiß dich einfach damit. Äh, was können wir machen? Kuchen können wir machen, ne? Kuchen, da brauchen wir mal ein Ei. Ein, nur. Oder Kürbiskuchen, da brauchen wir mal Zucker und Ei und Kürbis. Ja, machen wir mal ein paar Kürbiskuchen. Ich hab keine Kürbisse. Kürbisse. Und Kürbisse schon haben. Äh, was haben wir gesagt? Ei, Kürbis und Zucker. Zucker müssen wir noch machen. Aber dafür baue ich ja gerade hier ein bisschen. So. Toll, jetzt ist der in meinem Hühnerstall. Wer denn? Der Verkäufer. Okay. Der ist in meinem Stall. Ach so, Zucker mussten wir machen. Ah, das war's. Erst Zucker machen und dann geht das auch mit dem Kuchen. Einen großen Kuchen können wir nachher auch machen. Kein Thema. Machen wir nur Milch. Milch für die Welt. Oh, da hab ich schon keinen Satz mehr, ey. Äh, ich muss nicht so gut. Das ist Kürbiskuchen. Das ist Kürbiskuchen. Ja, guck mal, wie viel ich schon abgetragen hab. Das ist so die Hälfte. So, essbar. Kürbiskuchen. Damit hab ich dann 34 Kürbiskuchen. Kürbis. Genau. Kann man denn für Ei irgendwas noch nutzen? Ei? Ei. So. So, essbare Sachen. So. Ei. Einen, lieber石. Ei, 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 ei. Ei. Ei, 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 ei. Okay, den Kessel wird machen. Jetzt zeig ich mir, wen ich esse. Essen schreibt. Mhm, okay. Äh, Suppe. Suppe konnte man auch machen. Was machte man? Suppe, Pilze. Achso, ne, war nur Gott. Zwei Pilze. Hm, okay. Was war denn mit Karotte? Könnte man nicht auch Karottenkuchen oder sowas machen? Ich mein, ja. Nö, kann man nicht. Karotte. Soll ich denn damit Karotten machen? Warum baue ich Karotten an? Außer für die Schweine. Hä? Kannst du wo essen? Ja, und? Dann? Wann habe ich davon, hä? Soll ich denn damit, ey? Hält dich hoch du denn? Ja, und? Jetzt? Hier. Könnte ich ja auch nichts mitmachen, wa? Da ist schon wieder ne... Pik-Axt. Eine Peking-Axt. Eine Peking-Axt! Peking-Axt, die Peking-Axt. Ich habe das Gefühl, ich werde hier nicht fällig. Das kann ich auch machen. Und ich hacke, hacke, hacke. Und ich glaube, es wird schon wieder dunkel langsam. Habe ich ja nur so'n Gefühl. Ja. Sag mal. Du hast Lamas in deinem... Stall. Ja, ich weiß. Der Typ ist doch auch da drin. So. Glaub ich. Bist du oben oder unten? Also, bist du auf dem Berg, oder? Ich bin auf dem Berg. Was? Wann hab ich denn jetzt die Lehm in der Hand? Wiss ich nicht, dass du bestimmt eingibst. Was? Oh, danke. Hast du hier gebacken? ich habe gebacken war Lecker ich habe mich nicht mehr weil sie ja Prozent hoops was denn ich habe den leider gerade ein Teil eines Feldes kaputt gemacht das ist schlimm das ist gleich wieder heile ich mache schon das ist ein Möhrchen rein die anderen zwei dann trug es voll du mal ja behalten zwar mögliche ne die habe ich jetzt da reingetan dafür schmeiße ich dieses verrottete Fleisch mal weg ach ja ich habe ja noch kein Dings oh äh Faye ja ich habe glaube ich eine ganze Invasion an oh ich habe keinen Helm mehr an Aua an Banditen Betrüger wollte ich gerade sagen äh wo denn genau vor meinem Haus na schön hast du Spaß? ne noch nicht Spaß, Spaß, Spaß warte mal ich muss erstmal hochheilen das ist gut dass ich dir siehst du die? äh ich sehe sie ich will eigentlich den den Käpt'n aber nicht töten äh Alter was hast du denn jetzt gemacht? was schießt denn da jetzt auf mich? Vorsicht, pass auf seine Heilung auf einer ist down ich müsste eigentlich mal eben essen ja ja warte ich ab, down ist down oh jetzt habe ich natürlich wieder das ist wieder ein nettes Zeichen meins ist gerade erst weg meins auch eigentlich das ist so geil da danke fürs helfen komm wir legen uns hin ja hat ja eh keinen Sinn hier äh ja ich was denn Creeper ich habe Spinne ich habe alles du hast also auf jeden Fall Spaß ja toll ich kann nicht wenn wir uns da näher sind nach unten gehen einfach nach unten gehen ja falls da nichts gespawnt ist weil durch das Becken kann ich ja nicht so viel ausleuchten ich fliege, fliege, fliege ich habe was denn? ich fliege, fliege, fliege im Sausen Schritt so ich dachte mir das runtergeflogen ob es höher war ne so äh noch nicht was ist denn das Spinnenvieh hier erst mal erst mal was auf dem Deckel hier so zack das war ja Rüstung öh oh quatsch du du mach alles Spinnen so oh Creeper 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 Fehl hat Spaß Fehl hat Spaß Superman Creeper der nicht gammeln kann äh was der nicht gammeln kann gammeln oder sammeln gammeln ja und wann könnte er denn nicht sammeln kann weiß man's ich krieg echte Gräse ich hab so viel Spaß Spaß ich hab so viel Spaß ich hab so viel Spaß kein Wort gerade heute Nacht träum ich von Steinen und Abbauern ich hacke bestimmt im Bett ein bisschen in der Staub in der Dickach also ähm sei fort bis da ich an was rumreiß was muss ich mal zu hacken ich hab gesagt heute Nacht hack dich auch gleich mal heute Nacht hacke ich bestimmt im Schlaf bis da ich an was rumreiß könnte wehtun Ich muss mal auf, dass ich die gleich nicht weh tue. Ja, was denn? Ich kann noch nichts dafür. Ich sehe heute Steine. Steine, Erde. Schuppen und Schuppentechse. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. So. Ja, besser als wenn ich im Schlaf anfange zu... Eins, drei. Ich werde im Schlaf zählen. Echt? Wollen wir nicht. Keine Ahnung. Hast du halt so viel gezählt? Nö. Hätte das auch nicht wissen. Eben. So. Wunderbar. Alter, die Bäume werden immer größer, ne? Also du standst bestimmt nicht bei deinen Eltern mal im Schlafzimmer und hast gesagt, mitten in der Nacht, ich will keine Pommes. Ganz zusammenhang so. Ich glaube nicht, ne. So mitten in der Nacht. Ich kann mich nicht dran erinnern, ne. Aber ich kann ja echt gut im Schlaf quatschen, ne? Du kannst immer gut quatschen. Nicht nur im Schlaf. Boah, du blöd, aber das stimmt nicht. Was? Natürlich. Na, das stimmt gar nicht. Sicher, du quatschst ja immer. Ne. Schlaf's. Ich schnarche doch gar nicht. Ne, tu ich doch nicht. Ne, überhaupt nicht. Ne, tu ich echt nicht. Ich schnarche nicht. Bin doch, wer? Alle sagen, du bist voll am schnarchen. Gar nicht. Stimmt gar nicht. So. Ich schnarche auch. Ich schnarche auch. Das ist ja schnarche. Aber ich, ich, ich leugne es ja auch nicht. Ich leugne es nicht. Das ist der Unterschied. Ich schnarche nur, ich schnarche nur, wenn ich viel stresse. Also es ist wirklich so. Du bist der Stress. Boah. Du Scheiße. So was muss ich mir jedes Mal anmachen. Weil es wahr ist. Das stimmt gar nicht. Du bist voll doof. Ungemein. Doof. Warte mal schon. Weiß ich. Ich muss das nur nochmal erwähnen. Ach so. Eins, zwei, drei, vier. Das ist sechs geblieben. Ah. Boah. Au. So, ne, gefallen, oder was? Ah. So, Kohle, Kohle. Ich hab so viele Kohle. Auf der Dohle. Das ist der Kohleflöte. Der Kohleflöte. Das ist der Kohleflöte. Der Flöte. Und der Kohleflöte. Kohleflöte flöte. Das ist der Kohleflöte. Da kommt mal und jetzt hier langsam. Ah. Ah. Das wäre eine Fette Höhle oder so. Dann, nix. Nein. Wir haben schon gleich durchduschelt. Wir kommen zur Erde. durch den bärchen langweilig ich bin durch einmal durch den berg gegraben ohne viel mühe mit spucke war schon mühselig fand ich durch die erde ist mühselig ne nachher kam erde irgendwann erstmal kommt stein ganze gar nichts in der schule oder was das ist wirklich und das ist er der er 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 er